yo guys the blue gangster is back with another part of the sonic the hedgehog lp was gibt es gibt es geht die marble so eine meiner lieblings stages aus dem grund ich habe ja ich habe ja schon erzählt ich habe ja sonic mit sieben oder acht angefangen auf jeden fall das hier war mein allererstes spiel der grund warum ich zum zocker wurde und diese stage die hat mich damals echt zum verzweifeln gebracht ich meine ich bin hier so oft verregt so oft geprettert so oft ist hier irgendein scheiß passiert dass ich mir gedacht und dann irgendwann habe ich es doch immer weiter versucht aber auf jeden fall ihr werdet ich glaube es war die dritte stage man so leicht brettern kann und dann wieder von vorne sozusagen anfangen muss ich werde euch dann sagen wenn also ja ich werde euch dann sagen wenn wir soweit sind mittlerweile geht es halt noch ich weiß ganz schön viele chaos aber wir haben müssten eigentlich zwei sein müssten eigentlich zwei sein versuche nur so schnell wie möglich durchzukommen ihr seht ja ich gebe so also ich versuche das so schnell wie möglich zu machen aus dem grund weil ich weiß dadurch dass ich so oft brettern werde oder so oft verkackt mir dass diese stage ziemlich lange gehen wird obwohl sie insgesamt nicht länger ist als die green hill zone nur aufwendiger ja genau nicht nein gut hätte mich da fast zerquetscht und dann wäre es das gewesen ich bin immer noch auf der suche nach einem gescheiten sonic aus 6 ich will mir das jetzt nicht unbedingt vom game stop oder so aber sobald ich es habe kommt das sonic aus xlp in meinem kanal wer mit den riesen ring bekommen das heißt chaos emerald stage let's go und er geht aber wir sind schon da gangster oh shit ich dachte schon wir werden jetzt so so komplett rausgeprett und da guck das das meine ich dachte wir werden da jetzt so rausgeprett und wir sind zum glück wieder zurück zum glück wieder zurück was für ein rein besser als im dunklen dunkel so irgendwie sind wir die ganze zeit da und kriegen es doch nicht in den chaos zu schnappen richtig oh shit oh shit oh shit oh shit oh alter 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 da kriegt man ja bauchkrämpfe ey richtig krank na komm wieso will der jetzt nicht sonic gib gas hol dir den emerald ja sehr gut sehr gut sehr schön ich habe das er getroffen direkt wieder zurück sehr schön jetzt nur noch dahin na komm weg 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 wir kommen immer ein stückchen näher komm schon jetzt jetzt jawohl 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 sagt wir kriegen jawohl sorry der dritte chaos das verstehe ich versteht ja so marble zone 2 let's go ich glaube das war es noch nicht ich glaube ich das war die dritte aber ich kann mich auch irren ist nämlich schon ziemlich lange her dass ich dieses spiel gespielt habe das letzte mal nur kurz angezockt bei sonic generations da gab es es ja als special add-on sage ich jetzt mal so ich hasse immer dieser warterei hier es pisst mich so an weil dieses teil so langsam ist vor allem sonic und warten das passt mal gar nicht zusammen alle drei platt gemacht die zwei dinger holen hier und jetzt sehr schön und schieben denn schieben denn schieben denn sehr gut da vorne ist glaube ich irgendwas muss aufpassen ja genau das habe ich gemeint kommt da vielleicht nein gut gehen wir da hoch wir warten auf den vip lifter so den vip lifter wie die chillt es einfach geht es ist voll stylischer aus sonic als einfach drauf bam oh shit nein gut so ich glaube da oben ist noch mal so ein ja und zack ich sollte echt keine recordings und lps und sonst was alles machen wenn man erst vor kurzem aufgestanden ist aber ich habe halt gerade jetzt zeit später werde ich wahrscheinlich keine zeit mehr haben deswegen mache ich das gerade schnell und zack und zack und hinbekommen wir stehen mir fehlen noch vier ringe Was mache ich jetzt? Das war knapp. Oh shit, jetzt wird es richtig gefährlich. Okay, 50 Schlänge haben wir schon mal. Jetzt dürfen wir sie nur nicht verlieren bis zum Ziel. Dann wäre es cool und so. Versteht ihr? Oh, war das knapp. Scheiße, war das knapp. Was war da unten noch? Ich habe es vergeben. Jawohl, und gleich nochmal. Und, ne. Letzte verkackt. Richtig Gangster. Ich darf mich nicht von dem erwischen. Oh, aber das war krank, wie ich den getroffen habe. Und bam, genau. Und jetzt eiskalt durchgehen. Dann los. Mit Gewalt geht alles. Komm runter. Komm jetzt runter. Jawohl. Hat aber lang gedauert. Und weiter gehabt's. Und weiter gehabt's. Und perfekt aufgehört. Kommt da jetzt das Ziel? Ja. Nein. Jawohl. So, Sonic has passed Act 2. Und jetzt kommt the Guilds Emerald Dings. Ja, wie viele haben die? Ich glaube, jetzt haben wir. Wir haben drei. Jetzt kommt die vierte. Jetzt kommt die vierte. Na komm. Schon am Anfang, wenn ich komme, nicht durch Gangster. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. So, und wir haben ihn. Läuft doch an. Bullshit. Und jetzt Marble Zone 3 gegen Eggman. Eigentlich Dr. Robotnik noch hier, denke ich. In, in, in. Sonic Dead Job 2 auch noch Dr. Robotnik. Wahrscheinlich noch um 3. Ich muss mal den Bart fragen. Der geht sich da gut aus. Der ist auch so ein Sonic Freak wie ich. Der hat angeblich, ich weiß gar nicht. Also ein Kumpel vor mir halt. Ich fetz da jetzt einfach durch. Ist mir scheißegal. Oh shit. Ich dachte, ich schaff's noch. Der hat angeblich Dings gespielt. Also Lost World. Aber davon weiß ich schon, dass es scheiße ist. Und das andere da, ähm, dieses Dream, äh, Sonic Boom war's, genau. Oder war's Sonic Boom? Ich glaub, es war Sonic Boom. Ja. Das wär auch nicht so besonders gewesen, so. Jawohl. Ring gekriegt. Ring verloren. Und. Komm schon. Ring gekriegt. Ja. Jetzt hab ich's hinbekommen. Gangster. Nee, wir gehen da, äh, wir gehen da durch. Wir nehmen das Waff da hinten, ich zack. Und dann gehen wir runter. Den Schalter brauch ich gar nicht betätigen, oder doch. Okay. Lass runtergehen. Kommt jetzt die Stelle? Nein, die kommt später, chillt noch. Gleich wird's richtig gefährlich. Ja, fett mit chillt in Lava rein und reingeschiffen. Gangster. Mit sieben Rings und so. Und. Zack. Und. Zack. Und bam. Sehr schön. Oh shit, war das knapp. Und springen. Und zack. Und jetzt Geheimgang. Ja. Und Leben gekriegt und Geheimgang 2. Und. Jawohl. Ich dachte schon, ich bin fett rein und so. Zack. Oh shit. Geil. Vertringe bekommen, Vertringe verloren. Läuft doch. Zack. So, jetzt. Ah. Ja doch. Jetzt ist es da. Gibt. Gibt euch das. Guck. Hier. Vor allem mit diesen. Wie erkehrenden Staffeln. Da kann man so über. Und ich hab's wie ein Gangster. Direkt beim ersten Anlauf geschafft. Echt. Wie ein Gangster. Da. Also früher bin ich da so oft gebrettert. Apropos gebrettert. Fett in Lava reingerutscht. Und Dr. Wartnick, du wirst jetzt erst mal fett demoliert. Komm schon. Komm schon. Ich hab keine Ringe mehr. Ich muss die jetzt fertig machen. Fertig machen. Läuft doch. Läuft doch. Ja und das heißt. Wir sind mit der Marvel Zone fertig. Das war Part 2. Ich hoffe dieser Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Part. Und bis dahin ist der Blue Gangster out. Peace. Yeah. Okay das war zwar krank. Aber scheiß drauf. Wir sehen uns. Wir sehen uns.